Trotzengetötet Mein Dispenser ist getarnt in dem Busch Trotzengetötet Trotzengetötet Das wird ihm erst recht nicht helfen Trotzengetötet Stimmt, mein Teleporter steht immer noch Warum ist Omni-Spawn-Tür offen? Weil sie offen geblieben ist durch nen Bug Oh Gott So, ich tarn mein... Mein Dispenser ist getarnt in dem Busch Zwei 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 Spire 7, mein Teleporter Zwei 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 Er geht hoch, er geht hoch. Oh mein Gott, mein Dispenser. Oh mein Gott, mein Teleporter. Der überhaupt nix bringt, weil kein Ausgang da ist. Ey, lädst du das hoch? Ja, natürlich lade ich das hoch. Ich dachte, wir treuen zu hart, dass du das hochlädst. Nö, das lade ich hoch. Nee, du kriegst meine Sentry nicht kaputt, du Assi. Nee, nee. Ist nicht, du kriegst vielleicht mich tot, aber nicht meine Sentry. Nee. Oh Gott. Meine arme Sentry. Boah, ich hab noch eine. Obwohl, eigentlich müsste ich sie wieder hinter den Busch tarnen. Sie ballert. Sie ballert einfach den Tüten. Doch. Oh nein, ich hab zu wenig Metall für einen Dispenser. Schnell, Schnell, Dispenser, 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 Dispenser hinter der Kiste tarnen. Pfff. So, und die Sentry genau hinter den, in den Busch rein. Genau in den Busch. Genau. Genau dahin. Das wird so geil, wenn das hochgeladen ist, ey. Hey, Leute, es ist ein Spie. Ich hatte Karotten. Hä, was? Ich hatte Karotten, hab ich gesagt. Warum magst du keine Karotten? Eigentlich nicht, mag ich einfach nicht. Headshot. Warum magst du keine Karotten? Jeder mag Karotten, außer ich. Noch ein Headshot! Weißt du, wo ich stehe? An unserer oberen Spawntür. Warum kann man das Teil nicht da raufbauen? Oh, meine Sentry ist tot. Oh, ich hab noch mal eine. Und war wieder genau in den Busch. Aber diesmal bleibt sie bei Level 1. Diesmal bleibt sie bei Level 1. Ist sie nicht geil getarnt? Ja, geil getarnt. Und ich mach geile Sniper-Shots mit dem Huntsman. Oh, Screenshot. Screenshot von der Sentry. Da kommt er. Ich weiß. Was glaubt er, was er ist? Keine Ahnung. Ein Homo? Habe ich so auch das gef... Weiß ich nicht. Nein, also, nein. Weißt du, das Wort Homo als Blavos benutzen ist äußerst niedrig. Machst du auch immer? Ja, komm, bei, 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 bei! Mein Scheiß-Level 1 Sentry. Äh, ich überleg grad. Ich komm von da. Das Fenster. Gag. Äh, wie der nicht aufgibt. Also, der ist der echte, ehrgeizigste Idiot, den ich bisher gesehen hab. Ja, echte. Oh, wenn es mir gar nichts bringt. Da kommt er. Ups. Da kommt er wieder. Du bist so ein Homo. Ich weiß, der kommt von oben. Ich weiß. Oh. Oh. Huuuuh. Ups. Jetzt weiß ich, ich komm als Pyro mit dem, ähm, Unruhrstifter. Okay. Er versucht selber wieder rauszukommen und stirbt dann an dem Sticky's. Immer wieder geil. Loool. Was? Wie kann der mich backstampen? Ich hab ihn gekloppt. Ah ja, jeder hat mal Glück, ne? Na, wenigstens hat der andere Angie meine Sticky gerettet. Der Typ ist so gay. Der Typ ist einfach nur gay. Zuhu. Also, ich bewundere ihn für seinen, für seine Ausdauer. Ich nicht. Der ist gay. Ich. Wo ist der? Oben. Wo? Ein Fenster. Ah, da. Ich kann nicht in das Fenster zielen. Und warum zur Hölle? Nymph ist voll. Oh Gott. Ah. Ach, wenn du ein Dispenser brauchst, hier hinter der Kiste ist einer getarnt. Hm. Hm. Obwohl, ich stelle meinen einfach direkt hinter die Scheiß-Sentry. Die in dem Push drin steht. Alles klar, dann. Ja, 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 ja. Er hat keinen Bock mal rauszukommen, wie's aussieht. Ja. Oder er wartet nur auf ne Gelegenheit. Ist er afk? Na. Nee. Sniper? Ernsthaft? Ich hab ihn getroffen. Und ich balle auch die ganze Zeit rein, ey. Meine Fresse. Heavy. Echt? Ja. Ja, meine Sentry ballert, ne? Nicht mehr, scheiße. Ich hab ihn getötet. Ich fahr meine Sentry wieder in den scheiß Bosch rein. Schwuler Horst, ey. Ey, wo fliegt der schwule Adler hin? Welcher Adler? Das ist ein Witz, Junge. Wo fliegt der schwule Adler hin? In seinen Horst. Äh, scheiß, du Homo, musst du das wissen? Oh. Jetzt bist du beleidigt. Warum bist du beleidigt? Achso, du bist tot. Oh nein, meinst ist dein Typ. Alles dein Typ. Nö, nö, kriegst du mal das? Oh nein, sagst du... Ahahahahahahaha. Oh man. Meine arme Sentry. Sagt er grad zu uns? You know what? Achso, der ist raus, der ist, der ist frei. Ich komm mal raus. Ja. Ich brauche wieder Metall für meine Sentry. Na, also... Na, also... Nö. Was? Ich hab doch gar nen Sterbgeräusch von diesem Typen gehört und auf einmal ist er doch da. Meinen Sentry hat ihn, meine Sentry hat ihn einfach gefinigt. Ich sehe ihn nicht. Ich schaue nicht. Vielleicht kriege ich einmal wieder... Ah, jetzt ist er drugt. Danke. Ha! Oh, kacke. Oh nein, 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 nein. Komm raus, komm raus, komm raus, du Spann. Stell dich einfach in der Nähe des Gebäudes hin. Am besten bleib da stehen, bleib da stehen in der Ecke. Du Horst. Hä, du hast gesagt, deines Gebäudes. Nicht deines in des Gebäudes. Junge, Genity, lern's. Ausländer. Ja, dann sollst du mal vielleicht deutlicher reden. Ich rede deutlich mehr, du musst du nicht. Nö. Doch, ich habe gesagt, bleib in der Nähe des Gebäudes. Arsch. Nö, so ein Idiot. Wo bleibt der? Genau. Oh. Er hat trotzdem geschafft, Roll. Nicht mehr. Pff. Ha ha. Oh, der Heavy geht wieder hoch. Headshot. Heavy kommt von unten. Headshot. Headshot. Und ich kriege immer den scheiß Assist. Der ist wieder zu uns. Er kann nichts dagegen machen. Er kommt von oben. Der kann trotzdem nichts dagegen machen. Heavy geht hoch. Ich glaube, er kommt von der rechten Tür. Das ist mir egal. Meine Central macht ihn trotzdem fertig. Siehst du? Ja, mit meinen Miss-Hits diesmal. Er geht zwei wieder. Rot. Er kommt von oben rechts. Nein, er hockt da nur. Oh, da kommt er. Wow. Schlimmer, der hat noch hochleveln. Oh, der hat noch Clip. Kacke. Ah, du Scheiße. Das ist schwul. Das ist richtig gay. Warum ist mein Spencer kurz vorm Sterben, ey? Keine Ahnung, der hat auf den Dispenser geschossen. Er hat ja nicht viel geholfen. SDFU. Ja! Leute, Nerven. Vor allem die. Es geht einfach noch mehr Team Red. Einer mit Team Blue. Oh, jetzt ist endlich einer. Kommt von oben. Ich nervt die Typen einfach. Ist Mayonnaise ein Instrument? Geil. Er hat kaum Leben. Oh, der Typ ist ein Scout. Na dann lass ich ihn einfach rauskommen. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Ich hab' ne Idee. Guck dir mal'n Scheiß-Satric-Platz an. Ich hab' ne Idee. Vielleicht nicht. Kommt drauf an, kann eine Aufnahme schwul sein? Kann eine Aufnahme eine andere lieben? Kann sie sich sexuell verwöhnen? Ja, kann sie. Du hast geistige Probleme, mein Freund. Okay, für die Leute, die das gerade sehen, wir spielen jetzt hier auf dem scheiß Server noch weiter und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.